hier liegt noch Red X ok ne da waren wir schon drin so das war es jetzt eigentlich der Aktenschrank ist hier ist offen die die Tüte nur anstarten was darf denn sein da dass ich gehe Neuraum Was haben wir denn hier? Schade, dass man nicht mit Autos rumfahren kann hier. Das wie ein GTA, das wärs doch eigentlich. Gibt es eigentlich ein Flugzeug in dem Spiel hier eigentlich? Gibt es da ein Flugzeug? So, ich bin jetzt hier und ich möchte gerne ins Flugzeug ansteigen. Er fordert Schlüssel, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Oh, Mülltonnen tauchen. Naja, das geht wohl nicht, ja? Hallo. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Oh, Munition. 308, 347. Und leicht verschlossen, auch noch. Das ist ein Witz, oder? Und sowas sind sie gleich verschlossen. 308, 714 Ocken. 351. Ja, leg mich doch an. Okay. Ein Hämmerchen. Nein. Ich will den Hammer haben. Das ist ja ein Hammer. Hallo. Servus. Oh, Sensormodul, Sensormodul und Sensormodul. Du hast ein Messer in der Hüfte stecken. Kann das sein? Elektrischer Leiter, Altmetall und Kernspaltbatterie und Kippenschachtel. Schreibtisch ist leer. Ja. Du hast da nichts dagegen, wenn ich da dann Zeug klau hier, ne? Oh, 36, 5,56er. Zigarettenpackung. Leer, leer, leer. Hier ist ja noch Terminals. Aktiviert Broken Terminal. Error, 1,1041. Sehr leicht verschlossen. Honk, ne, hook, word, und work. Okay. Ich war da, 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 days. Ich hab immer gedacht, day, schreib mal anders. Days. Be on the lockout. Transmission received, be on the lockout. English. Look like we are a picnic. Up some. Transmission received. MP1, 3, connection interrupted. Hallo. Hallo, bitchbelder, du Arschlappen. Tschüss. Oh. Du hast doch nichts dagegen. Nuka Cola und Verdienstclipboard. Und wer bist du, Arschlappen? Schöne Fenster. So, you're the new recruit. Ich bin kein recruit. Aren't you a bit scrawny for this job? Äh, I'm sure I am. Okay, ich bin sicher. Fine, we'll take whoever we can get. Look, I'm going to tell you straight up the no bullshit version of what to expect. You're probably going to get the living hell shot out of you. We received a long distance distress signal from the west coast a few days ago, meaning the Brotherhood is in trouble. Uh-huh. We both know Lyons is going to stay holed up and rot. We're the only ones who have both the courage and the technology to go help. Wissenschaft, but would the plain motherboard haven't been fried in the war? You're one of those tech guys, trying to sound smart all the time. Well, I don't have time for that. And frankly, I like you less than I did before. Du musst nicht ausflippen, deswegen. I have enough of you techies already. All you have to worry about is buckling your seatbelts. Ja, komm. If you do manage to get back alive, there will be quite a reward to be had. But if you want to make it back, you're going to have to do what I say. Was du sagst, ist das nicht wirklich richtig. Das heißt, es gibt kein Zurück. Wenn wir reingehen, gibt es kein Weg Zurück. Wir müssen also rein und dort die Mission abschließen. I'm not ready to go yet. I'm ready. Alright then. Let's get the show on the road. Boys, move out. Ich bin aber ein Mädchen, du Arsch. Eine cute. Süßes Mädchen. Oops. Ich habe das Arschloch gerade erschossen. Das ist meins. Das liegt bei Frankfurt. Ja, ich soll jetzt in eine Boeing einsteigen. Eine Boeing. Wo wir alle wissen, was mit der Boeing passiert, wenn wir einsteigen. Oh, es ist runtergefallen. Echt? Und der Wissenschaftler-Schwanz auch. Es ruckelt nämlich gerade ein bisschen. Du fliegst das Ding. Na dann, pro Mahlzeit. Ich hoffe, du weißt, was du machst. Ah, ich will hier flieg, glaube ich, gerade mal flugt die Gegend. Ich habe es gewusst. Der kann nicht fliegen. Au. Wir waren gerade gegrillt, äh, gegrillt waren wir gerade. Ach nee. Das kann Flaps nicht aufnehmen. Ja, ja. Er nimmt das ja nicht auf. Die Bink-Videos. Die macht, äh, Fretz nicht. Er mag sie nicht. Sie läuft mit Motivation. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Die Terror-Support-Attack-Starter-About-Two-Years-Ago. Und das ist dann, wenn die Dinge in Höhe ging. Was ist mit dir passiert? Sie haben uns gegrillt, haben uns gegrillt, und haben uns gegrillt. Das ist das, was passiert. Sie sind wahrscheinlich die größte Herausforderung hier. Und sie sind auch diejenigen, die deine Geer verloren haben. Warum haben sie dich nicht mehr gegrillt, ist außer mir. Dann, wir kommen sie zurück. Will du mir helfen? Nein. Ich möchte sie zurück. Ich mag, wie du denkst. Sie sind sicherlich in Bellevue. Hier ist ein Armour und ein Schuss, um dich zu holen. Let's go! Ja, wir haben nichts im Inventar, würde ich mal sagen, oder? Ich habe eine Jax-Zinde dabei. Eine Plasma-Eister-Röchstung und ein Vor-Kriegs-Outfit mit Uhr. Natürlich. Und mein, äh, geht auch nicht. Doch, geht. Da ist er nämlich. Wir sind gestrandet, wir sind gelandet, wir sind abgestürzt. Aber wo ist mein Flugzeug? Leer. Nichts. Witzig. Sehr witzig. Ich kann mir nochmal von aufer lachen. Die Frage ist, was soll ich da hinten? Ach, ich gucke mich ein bisschen um. Ach, ein alter Reifen. Ja, genau. Klamottenmäßig. Würdest du bitte wieder nach oben klettern? Komm, bewege mal das Stelze nach oben. Ach, hier ist so eine kleine Spinne. Ah, geht ja nicht. Also gut, dann eben nicht. Die klettern halt runter, ist mir wurscht. 32. Ein bissiges Hündchen haben wir gerade erschossen. Hallo, mein Freund. Hallo, komm näher, mein Hündchen. Na toll, hervorragend. Wohin des Weges? Entschärfen. Boah. Da war doch noch, hier, ein Daddybär mitnehmen. Ernährung, auf Ernährung schärf machen, in Ruhe lassen. Danke. Da kommt man nicht weit. Hier auch nicht. Mit der Waffe sowieso nicht. Und der Jagd bin der mal nicht. No, 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 no. Bis zum nächsten Mal.